So, dann gucken wir mal, was auf dem Videotape drauf ist. Nee, hallo, benutzt du das Videotape? Warum willst du das nicht benutzen? Steht doch direkt davor. Hä? Dö? Steht denn da drauf? Home Movies. Okay. Okay. Äh, vielleicht so? Warum kann ich das denn... Find a Videoplayer. Wer hat da Videoplayer? Glaube ich sollte da mein Tape nehmen. Und das nicht da reinstecken. Das geht nicht. Äh, das geht zum Beispiel auch. Okay, ich verstehe. Aber warum kann ich dieses Tape nicht benutzen? Verstehe ich nicht. Tut mir furchtbar leid. Ich habe euch in der letzten Folge versprochen, dass wir jetzt ein Video gucken. Aber das geht wohl nicht. Das ist wie in der Schule. Die Mittel sind da, aber die Technik funktioniert nicht. Oder ist vielleicht der Strom ausgefallen? Scheiß Fernseher. Mir erschließt sich die Logik dieser Sache noch nicht ganz. Okay, ich gucke noch mal ins Inventar. A videotape? A bloodstained videotape? I need the video player to view it. Dort ist ein Videoplayer. Aber okay. Wir machen einfach mal weiter. Ich habe etwas gehört. Ich habe etwas gehört. Okay, der Fahrstuhl steckt fest. Tut mir furchtbar, wirklich furchtbar leid. Ich mache jetzt alles, was ich kann, um... Um euch dieses Videotape zu präsentieren, wollte ich gerade sagen... Vielleicht brauche ich auch gar nicht mehr machen. Vielleicht geht das ja auch schon hier. Das ist ein DVD... Ah, das ist ein DVD-Player. Ach ja. Klettern wir hier nicht hoch? Okay, schade. Deswegen ging das nicht. Das war ein DVD-Player. Naja, ich bin ja auch blöd. Habe ich noch eine... Nee, Spritze habe ich nicht mehr am Start. Naja, dann kann das ja auch nichts werden. Nee, hier wollte ich nicht... Nein, hier auch nicht. Bitte verzeiht mir meinen Orientierungssinn. Der ist nicht sehr ausgeprägt. Nee, hier geht es nirgends weiter. Muss ich hier nochmal gucken. Am dritten vielleicht? Nö. Vierter? Nö. Ganz oben? Nö. Okay. Verstehe ich nicht. Ich bin überfragt wieder mal. Was aber auch... Wer mich kennt, ist... Äh... Ist mit dem Fakt vertraut, dass das nix Neues ist. Dass ich mal überfragt sein sollte. Muss ich jetzt da wieder hier hinein? Hast du ein... Video-Player? Für mich? Okay, ich hasse diesen Raum offiziell. Wegen der Musik. Hm. Scheint wohl so, als hätte kein Mensch in diesen Wohnungen... Oh, Moment. Ein... Kein... Einen... Da ist doch ein Video-Player. Oder? Oder? Stopp. Das ist ein Video-Player mit DVD-Player kombiniert. Ja. Spiele. Heilige... ... Kacke. Okay. Das lässt die Sache nochmal in einem komplett anderen Licht erstrahlen. Okay, mal gucken. Eins, zwei, drei, vier. Nee, nee, nee. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ach du Kacke. Drei, zehn Menschen hat er umgebracht. Ich kann euch sagen, also ich glaube, euch sagen zu können, dass der dann seinen Heidenspaß dabei hatte. Das macht mir ein wenig Sorgen. Ein wenig sehr viel Sorgen. Was ist das hier? Nein. Genau, hier. Der Code war 9799. Tudududududud. Tududududud. Oh mein Gott. Okay, Leute, das wird immer, immer abgefuckter hier. Wirklich. Also, oh mein Gott. Wo sind wir gerade hin? Sind wir gerade in die Hölle gefahren? Ohne Scheiß. Ich dachte, wir sind gerade mit dem Fahrstuhl runtergefahren. Aber wir sind immer noch in derselben Etage. Bloß. Die Welt hat sich mal eben gedacht. Wir werden mal Hölle. Ich hab keinen Bock auf normal. Hölle ist viel geiler. Und diese Gitterstäbe, die machen das alles nicht einfacher. Wie tief muss ich noch laufen? Bitte sage mir, die ist einer. Dann kann es sein, dass es immer dunkler wird. Ich bilde mir das nicht ein, oder? Warum finden wir immer mehr Magazine? Okay, komm, wir trauen uns. Zum Teufel, was ist das, ey? Okay, noch einmal schnell speichern. Ähm... Wie ihr sehen könnt, ich spiele das auch zu der denkbar ungünstigsten Zeit. Okay. Na dann, drückt mir die Daumen. Auf geht's. Stinkt gewaltig nach nem Boss. Oh mein Gott. Oh Gott. Fuck. Wie töten wir ihn? Ach, bitte. Ja, komm, säge, säge, säge. Fuck. Ah, da hinten ist doch was. Komm, komm, komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, vielleicht versuchen wir es mit dem Messer, vielleicht geht es mit dem Messer besser. Messer besser. Komm her. Okay, wir sind gestorben, auf eine sehr, sehr grausame Art und Weise. Versuchen wir den ganzen Spaß nochmal. Moment, erst mal das Kabel hier einmal richten, das hängt die ganze Zeit irgendwo. Wo müssen wir lang? Da. Ich hole am besten direkt das Messer raus, ich glaube damit geht es besser. Obwohl, nein, nein, nicht das Messer. Können wir das überspringen, danke. Los, komm, komm doch her. Hm, wie soll ich denn an seinen Rücken rankommen? Komm schon. Alter, kann ja nicht sein. Mann. Okay, das ist also nicht mal, nicht mal großartig spannender Boss Battle, muss ich sagen. Was soll das? Aha, nochmal. Und rein. Die Sequenz überspringen. Vielleicht muss er ja in eine Wand rennen. Das kann man ja mal versuchen. Wir haben doch nicht umsonst gelernt aus... Oh Gott, renne! Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich bin so schlecht gerade, ich bin so schlecht. Eins, zwei, und nachladen. Kacke, das hat's nicht gebracht. Egal. Ich weiß jetzt mittlerweile auch nach etlichen Versuchen, wie dieser Typ zu besiegen ist. Man muss ihm so lange ins Gesicht ballern, bis er in die Knie geht. Nein, fuck, doch, das war richtig, okay. Und dann, ähm... Kann man ihm hinten auf seinem Rücken diese ekelhafte Eiterwarze wegballern. Und der geht wahrscheinlich komplett da und dann, wenn du ihm die Eiterwarze hier... ...komplett weggeballert hast. So ne, so ne Warze auf dem Rücken ist ja auch echt nicht schön, also ich mein... Du, was will ja keiner. Das ist hässlich. Ah! Bleib weg von mir! Nein! Verdammte Axt! Aber es ist schon mal ein Erfolg, es läuft flüssig. Weiter geht's. Komm, den schaffen wir jetzt. Wir hatten ihn ja schon fast. Direkt schon mal die Waffe wechseln. Denn mit Taschenlampe können wir nicht nachladen. Beziehungsweise mit Handy in der Hand können wir nicht nachladen. Und das ist sehr, sehr ungünstig, wenn wir... ...so einen Kampf vor uns haben. So eine epische Schlacht. Flacht. Eins, zwei, drei, vier. Nachladen. Nachladen. Zack, 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 zack. Umdrehen und... ...ein Schuss, zwei Schuss, drei Schuss. Vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier. Sechs, sieben, acht, neun, sechs. Okay, nachladen. Oh, der war knapp. Digger, du bist ganz schön schnell. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir stellen es im Moment sehr, sehr super an. Und wenn sich mein Kabel von der Maus gerade nirgendwo verheddern würde, hätte ich auch gar keine Probleme, mich durch diesen Raum hier zu manövrieren. Irgendwo unter dem Tisch hängt das Ding fest. Wahrscheinlich schon wieder am USB-Anschluss von der Tastatur. Ich hoffe, dir zieht das nicht schon wieder raus. Was? Ey, das ist jetzt mal Bullshit. Das nehme ich jetzt nicht auf meine Skill-Kappe. Das nehme ich auf die schlechte Programmier-Kappe. Eindeutig, eindeutig. Jetzt haben wir ihn. Der ist ja schon immer bis zu... Ist ja immer... Uppala, 90% down hier. Na komm. Alter. Egal, nachladen, komm. Und... Jetzt können wir ordentlich draufheizen. Der war jetzt nicht so erfolgreich, wie ich es mir erhofft habe. Aber naja. Oh, war das knapp. Jawohl, das war besser. Wieder dicht dran und... Sehr schön. Noch einmal, dann haben wir ihn. Untertitelung des ZDF, 2020 W-W-W-W-W-W-W! Did I pass out? Huh? Who's that? Relax. I am not one of them. Who are you then? I'm nobody. What? You shouldn't be here. It's very dangerous. Wait. Why are you wearing a gas mask? Are you stupid or something? Wie sehe ich, wie ich mich zu einer von ihnen drehen will? Ich kann dich nicht vertrauen. Ich weiß nicht, ob du echt bist. Lass mich einfach alleine. Warum braucht er die, um nicht zu diesen bösen Viechern zu werden? Und wo zum Teufel sind wir gerade? Diese Fragen werde ich euch in der nächsten Folge hoffentlich beantworten können. Bis dahin bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.